taktische optionen verfügbar was haben wir denn da granaten erkunden unterstützen nachschub aufnehmen sagen wir wollen erst mal die granaten könnte mir auch vernünftige waffen geben das wäre ein anfang hier zwei schuss was ist denn das kommt ihr mit ach so ja ihr habt ihr habt nicht so eilig verstehe ihr zieht das letzte in die länge ihr seid schuld danke jawohl was haben wir noch aufgesammelt mumpeln den anzug was war das genau warum gehen wir unter die brücke lang wenn auch oben drüber gehen kann schön durchs wasser rennen ja ja taktische optionen verfügbar aha was haben wir hier stets das kann ich so ein bisschen gleiten flankieren scharfschützen ich möchte den scharfschützen hallo gib mir den da möchte ich machte mich auch ihr macht das schon ne ach da ganz hinten ist der scharfschütze ach ja hier hat man schon viel aus leider warum ich raus ich kann mal durch nehmen mut zur lücke oh der ist weg er ist weg wo denn hier genau ach da so da hinten ich sehe ihn leider gar nicht oh da so ach na toll hab ich erwischt weiß man nicht was du das etwa hier oh ja na gut jetzt weg mit dir du bist tot ne? So, ungeboxt. Oh. Na komm. Und das und das und jetzt bin ich tot. Ja, ist okay. Ich verstehe. So, wer ballert da? Du. Kann ich das abschießen? Scheinbar nicht. Ah. Ähm. Was passiert hier? Achso. Das ist eine Munition, dass man hier schön ist. Ah, gar nix. Oh, hi. Was? Ah, danke, danke, KV-Satoren. Oh, hi. Achso, ich komme wieder. Hi. So, ich habe irgendwo Munition gesehen, glaube ich. Da. Oh, es sind nur Granaten. Ah, hier, Munition. Danke, danke. Huiuiui. Das war... Nicht ohne. Na drei. Ah, ja, aber ich soll alleine weitergehen. Du bist ja drauf. Na gut, andererseits hier licht genug Munition, ne? Irgendwie hat das hier viel mitgenommen. Ja, ja. Da haben wir so viele Optionen überall. Warte. Da ist einer da. Und da ist das Giesenvieh. Eher benutzen. Nein. Nein. Ja, ja. Ja. Nein, ich möchte aber... Aber hier, ne? Ich möchte das hier machen und... Ciao. Oh, und was ich auch machen sollte. Was hier entscheidend drauf machen. Oh, hi. Puh. Dann gib mir das da. Na, wo rennst du hin? Oh, er kann ein Wände sprengen. Er ist unfair. Achso, es ist so einer. Ah, gibt mir noch die andere Waffe hier. Ach, verdammt. Ja, ja, es war die falsche Waffe. Ich bin entschuldigt. Warten, ist nochmal was gleich richtig? Hier, Schalldämpfer. Warum? Warum? Falls es irgendwie möglich ist, würden Sie wohl meinen milliardendollar teuren Anzug eine Weile aus der Schusslinie halten? Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn sie uns in einem Stück erreichen würden. Ich tue mein Bestes, um ihnen Feuerschutz zu geben. Aber seien sie bitte selbst auch ein bisschen vorsichtiger. Und ohne melodramatisch wirken zu wollen, beobachten sie den Himmel. Oh, hab ich gesehen. Warte, warte, warte. So. Hi, na? Na, Kumpel? Oh, wird mal stehen. Tarnfeld aktiviert. Na, hast du mich hier gesehen? Ach je, das ist doch der Dicke. Warte. Na? Na? Husser. Tarnfeld aktiviert. ha 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 luft gepflegt und Und... Oh, hi. Was? Wer war das? Hast du das, hä? So. Ich höre noch mehr. Da ist noch einer. Na? Echt ein bisschen ätzend, dass das mit den Stats nicht mehr klappt, wenn sie sich zu einem hindrehen. Ah ja, ist irgendwie auch fast klar. Okay, da oben liegt noch hier Zeug. Ja, das möchte ich natürlich mitnehmen. Dann spielen wir mal ein bisschen. Da benutzen, schweres MG. Ist das immer noch, tut er ja so rumschreit? Das war ja frech. Hatte mir beim Vorbeiren eine mitgegeben. So, schwere MG ist hier, ne? Hi. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So, nicht du warst der einzige, den ich übersehen habe. Oh. Das ist natürlich auch cool. Ne, warst du doch einfach mal mit der schwere MG. Nur, ich fürchte... Was hast du da liegen lassen? Äh. Damit ich auch rüberkomme. So. Ich muss noch mehr analysen, was haben wir hier? Gleiten und... Nachschub. Ruf. Also, sonst geht es euch gut, ne? Oh, noch so einen dicken. Ach, Leute. Da noch ihn hier. Ja, genau. Ich bin schon. Ja, bestimmt. Oh. Tankenvergottetiviert. Und dann mal schnell hier rein. Ach, na toll. Den habe ich nicht gesehen. Kommt er hier durch? Ah, ne, er geht außen rum. Das ist sein Pech. Weg, weg, weg. Hm. Ihn habe ich auch nicht markiert. So. Mit etwas Glück. Ist er dumm? Tankenvergottetiviert. Ja. Er war dumm. Tankenvergottetiviert. Man weiß es da. Schon wieder einer. Huch. Was? Wieso können die da durch? Ähm. Tankenvergottetiviert. Puh. Ach, die springen hier rüber. Autsch. Ja, 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 ja. 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 Oh, 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 oh. Lass mich hier raus. Oh nein, das ist da rein. Ähm. Na gut. Er hat es also nicht anders gewollt. Ach so, verkehrte Waffen. Ja, wir haben nicht viel Schuss. Hm. Ach, na toll, ist ja klar. Wir sind tot. Wir sind so tot. Tankenvergottetiviert. Komm ich hier hoch? Oh. Wir leben. Ich nehme das Ding hier. Komm, zeig mir deinen hessischen Kopf. Na, Helm verloren. Na, Gesicht verloren. Hässlichen Fücher, ey. Naja. So, haben wir irgendwo Munition. Dankeschön. Puh. Oh, warte. Ja, das war ja nochmal Glück. Wo müssen wir hin? Hm. Hm. Tankenvergottetiviert. Wir sind hier mit hinten auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich will dem Mann was sagen. Es war wohl zu schön, um wahr zu sein, was? Truppen der Marines, ein erfolgversprechender Evakuierungsplan. An alle Einheiten. Hier ist Charlie Coman. Sammelfunk zum Angriff. Wir brauchen sofort und der Spitzung. Verstanden, Charlie. Wir sind unterwegs. In der Zwischenzeit wird unser Späher zu ihm stoßen. Rufname Alcatraz. Er wird jede Minute eintreffen. Ja. Ja. Vielen Dank.